Begrüßt bei mir jetzt im Studio aber noch Professor Helmut Fuchs, Experte für Strafrichter an der Universität Wien. Guten Abend, Herr Professor, fürs Kommen. Ein völlig überzogenes Urteil. Er war extrem überrascht, sagt der Verteidiger von Herrn Strasser, vier Jahre unbedingt. Finden Sie das auch ein überzogenes Urteil? Es ist ein sehr strenges Urteil, auch im Hinblick darauf, dass der Herr Strasser nicht vorbestraft ist, dass der Betrag mit 100.000 Euro doch knapp an der Grenze liegt, wo die hohe Straftatung mit zehn Jahren beginnt, nämlich über 50.000 Euro. Und auch im Vergleich etwa zu anderen Urteilen, wenn wir das mit dem Scheuchurteil gemeinsam sehen. Was ich etwas problematisch finde, ist die starke Berufung auf die Generalprävention. Das ist zwar ein Strafzumessungsgrund, aber er sollte gegenüber der Schuld nicht dominierend werden. Und die Schuld hängt eben von solchen Faktoren ab, wie Vorstrafen und wie die Höhe des Betrages, um das es geht. Wobei überhaupt gar kein Betrag geflossen ist, sondern das ja nur fließen sollte. Die ganz grundsätzliche Frage bei der Schuld war ja mal überhaupt, ob Herr Strasser überhaupt ein sogenanntes Amtsgeschäft vorgenommen hat. Das war ja die Voraussetzung überhaupt für die Bestechlichkeit. Und da gab es im Vorfeld ja viele Diskussionen darüber. War das ein Amtsgeschäft, was er da angeboten hat? Also, dass er da mit anderen Kollegen im EU-Parlament Kontakt hatte über dieses mögliche Gesetz. Sie waren da auch eher skeptisch. Hat Sie überrascht heute, dass das Gericht diese Frage so völlig eindeutig und klar beantwortet hat? Das sind verschiebene Ebenen, was ein Amtsgeschäft ist und was das Gericht festgestellt hat, dass er tun wollte. Wie ich den Meldungen entnehme, hat das Gericht gesagt, festgestellt, wir sind überzeugt davon, er wollte Abänderungsanträge stellen im Ausschuss oder im Plenum und das ist sicher ein Amtsgeschäft. Entscheidend für den Tatbestand ist die Verbindung zwischen der Forderung des Geldes, also dass er Geld fordert, für ein bestimmtes Amtsgeschäft, für das Stellen von Abänderungsanträgen. Es wird jetzt darauf ankommen, wie das Gericht diese Feststellungen begründen kann, wie es das ableiten kann aus den Zeugenaussagen, aus den Unterlagen und daran wird sich auch die Anfechtbarkeit des Urteils messen. Ist es eigentlich realistisch erwartbar, dass es in der zweiten Instanz ganz anders gesehen wird und einen Freispruch gibt und dass der oberste Gerichtshof sagt, es gibt kein Amtsgeschäft? Es ist sicher anders die Situation als im Fall Scheuch, weil der oberste Gerichtshof direkt zuständig ist und damit die Beweiswürdigung als solche und die Tatsachenfeststellungen des Gerichts nicht angefochten werden können, sondern nur die Begründung. Der oberste Gerichtshof prüft die Plausibilität der Begründung und das hängt jetzt sehr von der Ausfertigung, vom Inhalt des Urteils ab. Und die zweite Frage ist die Höhe der Strafe. Ja, da kann sich durchaus noch einiges ändern, denn da ist das Rechtsmittelgericht frei in der Neubemessung der Strafe. Also es kann seine eigene Überzeugung an die Stelle des Ersteurteils setzen. Wäre ein Freispruch auch denkbar? Ich denke nicht unmittelbar durch den obersten Gerichtshof, aber möglich ist eine Aufhebung und eine Zurückverweisung, wenn die Urteilsbegründung nicht schlüssig ist. Jetzt gibt es diese Urteile gegen den Herrn Strasser heute, gegen Uwe Scheuch, Sie haben es schon erwähnt in den letzten Monaten, auch gegen Dernbacher und Martins. Es gibt Anklagen gegen Kurt Scheuch, gegen Gernot Rumpold, gegen Alfons Menzdorf-Boyer, es gibt noch viele Ermittlungen gegen Politiker. Haben Sie den Eindruck, dass die Justizien politischen Verfahren jetzt anders, vielleicht strenger agiert als in der Vergangenheit? Es kann sein, dass ein größeres Bewusstsein besteht, aber Straftaten wurden immer verfolgt. Es hat sich wohl am meisten geändert durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die jetzt eine spezialisierte Behörde ist. Da müsste man noch einiges tun in der Ausstattung dieser Behörde, insbesondere für die Wirtschaftsdelikte, die noch laufen und die rascher untersucht werden sollten. Aber ja, das Bewusstsein hat sich geändert. Man muss wahrscheinlich auch etwas darauf achten, dass nicht aus einem früheren prominenten Bonus ein prominenten Malus wird. Auch diese Gefahr kann bestehen. Herr Professor Fuchs, vielen Dank für diese Einschätzung. Und wie gesagt, gleich nach der ZIP 2 gibt es aus Anlass dieses Urteils heute einen runden Tisch mit Ingrid Thurnherr. Was steht denn da im Programm? Ja, bei mir diskutieren gleich neben Anwalt Kralik, den Sie ja eben in der ZIP 2 gesehen haben, der frühere Justizminister Dieter Böhmdorfer, der Sektionschef im Justizministerium Christian Pilnacek und die Journalistin Ulla Schmidt vom Profil. Und es geht um die Bewertung des Urteils und um die so eben auch schon gestellte Frage, ob die Justiz jetzt bei Politikern besonders hart durchgreift. Der Runde Tisch gleich nach der ZIP 2. Danke, Ingrid. Es wird eine spannende Runde.